Hallo YouTube, grüß dich, ich bin Sarkon und jetzt gucke ich mir auch mal zur Abwechslung ein Video an. Vielen Dank an Stream Elements, dass es jetzt endlich mal die Moderation zulässt. Von daher rein ins Video Simplicissimus, das verfluchte Hotel in Nordkorea. Was ist denn los, mein Süßi? Komm, leg dich doch mal hier hin. Das Ryuyong Hotel ist mit 330 Metern das höchste Gebäude Nordkoreas und steht mitten in Pyongyang. Okay, ein bisschen aus wie so ein Tempel. Wisst ihr, ich habe immer, wenn ich Pyramiden sehe, glaube ich mittlerweile einfach, dass das interstellare Raumschiffe sind, die den Guault gehören. Viele von euch wissen ja, dass ich diesen Planeten auch durch ein Stargate betreten habe. Aber gebürtig bin ich gar nicht von hier, deshalb empfinde ich auch euren Nationalstolz als lächerlich. Denn ich komme aus einer weit entfernten Galaxie, wo wir gelernt haben, als Menschheit komplett zusammenzuarbeiten. Gut, wir haben aber auch einen König, der ist eine Ente und unser Außenminister ist ein Känguru. Aber ansonsten ist es so ziemlich wie euer Planet. Gucken wir mal. In der Millionenmetropole gibt es etliche protzige Denkmäler und Bauten. Doch diese Pyramide stellt alles andere in den Schatten. Wortwörtlich. Man kann den einzigartigen Bau noch aus mehreren Kilometern Entfernung erkennen. Es sollte einst das höchste Hotel der Welt werden und ein Aushängeschild für das Land. Ja, das ist halt blöd, wenn keiner zu Besuch kommt. Weird. Sieht aus, als ist das eine riesengroße Sonnenuhr, oder? Gibt es da auch E-Muss? Jaja, das sind dort die Verteiler der Gerechtigkeiten. Vor über 30 Jahren wurde der Grundstein für den Bau gelegt. Nur wenige Jahre später stand das grobe Gerüst. Dennoch hat das Hotel bis heute keinen einzigen Gast empfangen. Das gesamte Gebäude steht seit Jahrzehnten leer. Ach ja, eins in den Chat, wenn ihr da auch schon mal eine Nacht übernachtet habt in dem Hotel. Jetzt will ich mal gucken, wer recht hat. Simplicissimus oder die nordkoreanische Regierung? Oder ihr? Guck mal da. Ach, guck mal hier. Von wegen, da hat noch nie jemand gepennt. Da melden sich doch schon die... Guck mal, bei so einer kleinen Stichprobe melden sich schon so viele Leute. Na, also Simplicissimus. Hättet ihr einmal in meinem Chat gefragt. Heute Morgen waren das noch alles LKW-Mechaniker. Jetzt sind es schon internationale Tourismus-Expertinnen. Bin gerade da, sagt Herr M. Naja, eben. Also, wem machen wir hier was vor? Warum? Wie sieht es von innen aus? Und wird man dort jemals übernachten können? Wir nehmen euch mit ins Hotel der Verdammnis. Das Hotel der Verdammnis! Ich frage mich, wieso nicht? Also, hat Nordkorea einfach keine Touristen? Oder bricht das Ding innen drin auseinander, weil das ganze Teil komplett aus Knäckebrot gebaut ist? Viele haben keinen Bock, sich eine protzige Statue von sich selbst ins eigene Wohnzimmer zu stellen, aber wollen die kahlen Wände vielleicht trotzdem irgendwie verstellen. Oh, nein! Bruder! Ihr seid von Funk weggegangen, weil ihr seriöse Werbung machen wolltet. Macht jetzt anything, Clark NordVPN. Und jetzt kommt auch noch Disp dazu. Ach, nee. Ach komm, was kommt denn als nächstes, ey? Gamers-Own-D, oder was? Na komm. Displayed kann dabei helfen. Auf Displayed könnt ihr euch Metallposter bestellen. Nein, das gibt's ja gar nicht. Ach, das wollte ich schon immer mal haben. Es gibt über eine Million Dispons, von Filmen und Serien, über Gaming-Motive, bis hin zu diesen Vintage-MTV-Postern. Geil! Oh, Mensch, die sind aber recht teuer. Die sind relativ teuer. Da würd's mich doch freuen, wenn's da einen coolen Rabatt... Oh, 30 Prozent! Ich raste komplett aus. Wahnsinn! Das ist aber auch eine einmalige Aktion. Das gibt's nur einmal. Das kommt nie wieder. Wahnsinn! Toll, danke, danke schön für dieses tolle Product Placement. Ja, hat sich's gelohnt, von Funk wegzugehen. Ich hab auch gleich... Ich hab 50 bestellt. Nordkorea ist eines der am stärksten abgeschotteten Länder der Welt. Das totalitäre Regime lässt so gut wie nie echte Einblicke in das Leben in der Diktatur zu. Wie Nordkorea für die Außenwelt wirkt, ist dem Land aber trotzdem extrem wichtig. Seit jeher hat die Regierung imposante Prestige-Bauten in der Hauptstadt Pyongyang errichten lassen. Gibt's das auch als Bratensaußen-Poster? Ich kann jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wusstet ihr, dass die meisten Bestellungen bei Greenforce in Verbindung mit Bratensauce kommen, und das wird euch jetzt alle überraschen, mit meinem Influencer-Code tatsächlich an? Aus irgendeinem Grund gibt es in meiner Zuschauerschaft und Käuferschaft einen erhöhten Absatz an veganer Bratensauce. Hallo Miss Laflin, grüß dich. Das sind wirklich die meisten Bestellungen, die mit Haarkorn reinkommen und in Verbindung mit Bratensauce. Glanzvolle Hochhäuser und beeindruckende Denkmäler sollen beweisen, wie modern, reich und stabil ist es. Unerklärlich, ja. Um das Ryugyong-Hotel zu verstehen, müssen wir uns ganz kurz der Geschichte des Landes widmen. Ja, okay, äh, läuft nicht. Ich hab's mal kurz abgekürzt, läuft nicht bei Nordkorea. Bis 1945 ist Korea eine japanische Kolonie. Das ändert sich mit der Kapitulation Japans im Zweiten Weltkrieg. Korea wird zwischen den Siegermächten in zwei Besatzungszonen aufgeteilt. Der Süden wird von den USA besetzt, der Norden von der Sowjetunion. In der Folge entwickelt sich Südkorea zu einer Demokratie und öffnet sich der Welt. Nordkorea wird zu einem totalitären Staat unter der Flagge des Kommunismus. Ich glaub manchmal, so wird unsere Bubble von der ganzen SIF-Twitter-Bande wahrgenommen. Ich glaub, wenn irgendjemand bei Twitter sagt, diese ganzen links-grün-versifften Veganer, dann stellt man sich, glaub ich, genauso unsere Bubble vor. Hier so Chat. Korea wird zu einem totalitären... Hier so Kluper-Twins, Karl, ich, alle anderen. Das ist einfach so die politische Elite. ...staat unter der Flagge des Kommunismus. Die beiden Länder werden zu Feinden. Der Konflikt gipfelt 1950 im Koreakrieg. Er dauert drei Jahre an und fordert über vier Millionen Todesopfer. Dieser Krieg zementiert die Spaltung Koreas. Seitdem trennt diese Linie am 38. Breitengrad die Bürger der Halbinsel. Es mag seit dem Kriegsende zwar Waffenruhe herrschen, doch es kommt immer wieder zu gewaltsamen Vorfällen. Die Beziehung bleibt eisig. Springen wir ein paar Jahrzehnte vor. Süd- und Nordkorea sind... Ich denke bei Süd- und Nordkorea immer daran, was passiert, wenn das Land wirklich mal wieder vereint werden würde. Jetzt lasst uns einfach mal davon ausgehen, dass irgendwann sagt jemand, komm, wir lassen den Bums und wir sind wieder eine Nation. Die haben doch dann noch größere Scheiße am Hacken, als wir mit diesem Ost-West-Ding in Deutschland. Ich glaube, bis Nord- und Südkorea tatsächlich als eine Nation wieder vereint werden, würden höchstwahrscheinlich mehrere hundert Jahre vergehen, habe ich so den Eindruck. Bis man sich in einer gesamtheitlichen Identität irgendwie sieht. Das wird teuer für Südkorea. Naja gut, ich bezahle es mit meinen Twitch-Einnahmen, das ist kein Problem. ... sind immer noch Erzfeinde. 1986 baut ein südkoreanisches Unternehmen ein Hotel in Singapur. Es ist zu dem Zeitpunkt das höchste Hotel der Welt. Zwei Jahre später richtet Südkorea die Olympischen Spiele aus. Unseres muss größer sein! Wahnsinnig viel Prestige für ein Land. Der damalige nordkoreanische Diktator Kim Il-sung sieht diese Entwicklungen überhaupt nicht gerne. Chat, wir bauen auch ein Hotel und es muss noch größer werden als das. Also schlägt das Regime zurück. Das wird doch von Nordkorea nicht peinigen. 1989 richtet es eine eigene Version der Olympischen Spiele aus. Die Weltfestspiele der Jugend und Studenten. Ach du Scheiße. Über 10.000 Menschen aus 177 Ländern besuchen die Hauptstadt. Darunter auch 850 Gäste aus der DDR. Hä, die waren doch nicht aus der DDR. Das waren... Das sind doch die New Kids. Weißt du, dass hier ein Olympisches Spiel ist immer dazugekommen oder hat hier einen Fackeln angezündet oder so ein Feuerball hier im Olympiastadion. Das sind doch eindeutig Niederländer. Das kenne ich sofort. Auch 850 Gäste aus der DDR. Im Vorfeld gibt das Land 4 Milliarden US... Das findest du asozial. Aber sie sich auch impfen lassen. Nein, sehr gut. Hab 15 Holzbalken in der Scheune, soll ich anfangen zu bauen? Ey, das sind die ersten 15 Holzbalken von vielen. Von daher Hackstock, gib alles. ...s Dollar aus, um Pyongyang für seine Besucher zu verschönern. Mit dem Geld werden neue Straßen und Stadien gebaut. Und es soll auch ein neues Hotel entstehen. Es soll das der Südkoreaner um 104 Meter übertreffen. Unser Hotel muss 105 Meter höher werden als das der Koreaner-Chat. Lasst euch nichts sagen. Wir werden unsere eigenen Olympischen Spiele hier in Leipzig abhalten. Und wir werden unser Hotel noch größer bauen und noch pyramidenförmiger. Das höchste Hotel der Welt würde fortan in Nordkorea stehen. Zum Vergleich, es wäre ein gutes Stück höher als der Eiffelturm. Die Pläne für das Ryugyong-Hotel sind einzigartig. Das Gebäude soll aus drei Flügeln bestehen. Sie sind jeweils in einem Winkel von 75 Grad geneigt und laufen zu einem Kegel an der Spitze zusammen. Die Form erinnert an eine Pyramide, einen Berg oder vielleicht auch an eine Rakete. Rund 3000 Zimmer sollen sich auf 105 Stockwerken verteilen. Holy shit, Alter. Da krieg ich so Blade Runner-Vibes von, um ehrlich zu sein. Insgesamt hat das Hotel eine Nutzfläche von 360.000 Quadratmetern. Eine Bowlingbahn und einen Nachtclub soll es ebenfalls beherbergen. An der Spitze des Hotels, ganz oben im Kegel, sollen außerdem fünf Restaurants einziehen. Damit das 360-Grad-Panorama richtig genossen werden kann, soll sich dieser Teil sogar drehen können. 1987 beginnt Nordkorea also mit dem Bau des Hotels. Zwei Jahre später, pünktlich zu den nordkoreanischen Weltfestspielen, soll es dann feierlich eröffnet werden. Etage für Etage. Mir fällt gerade auf, die hatten doch einen neuen Sprecher gehabt bei Simplicissimus. Ist der schon wieder verschwunden, oder was? Die hatten doch irgendwie Herr Newstime eingestellt, damit der darüber spricht. Der ist doch extra vom Radio gekommen. Warum ist das denn wieder Simpli, seine Stimme? Schmeißt ruhig alle Baustoffe, die wir haben, erstmal auf einen Haufen und dann fangt einfach mal an mit dem Hotel. Ihr werdet beim Bauen merken, was man besser machen kann. Aber wichtig ist, dass wir erstmal anfangen, um auch ein starkes Statement zu setzen. Grüß die Eskalations-Rabbit. Etage der 105 Stockwerke werden gebaut. Der Rohbau wird höher und höher. Doch ziemlich schnell zeigt sich, eine Eröffnung nur zwei Jahre nach Baubeginn war etwas zu ehrgeizig. Die internationalen... 50 Bits, das ist natürlich der Erfolgstanz, dass unser Hotel dreimal so hoch sein wird, wie das der Nordkoreaner. Untergebracht. Der Termin für die Eröffnung wird auf 1992 verschoben. Unseres wird schon 1991 eröffnen. Doch 1991 bricht die Sowjetunion zusammen. Unsere Sowjetunion wird schon drei Jahre vorher zusammenbrechen. Das verspreche ich euch. Statik, schmarkig, sag ich mal. Ja, komm. Manchmal weht Wind, manchmal nicht. Das ist doch, komm, das ist doch alles Hexengelaber. Der Kalte Krieg ist beendet. Mit dem Ende der UdSSR verliert Nordkorea seinen wichtigsten Geldgeber und Unterstützer. Ein Jahr später hat das Hotel seine 330 Meter Höhe erreicht. Es überragt jetzt alles in seiner Nähe. Krass. Doch es ist längst nicht fertig. Eine feierliche Eröffnung bleibt aus. Bisschen Raufaser, ne? Ich denke auch mal so ein bisschen so statische Poster, also Statik-Poster, die den Rahmen ein bisschen stabilisieren. Ich habe es schon mal gesagt und sage es wieder. Demokratie funktioniert einfach nicht. Hallo zusammen meine Lieblings, Linksradikalen. Ach, ist geil, du bist aber auch ein Schätzchen, ne? Dankeschön für 66 Bits und nochmal 34 Bits dazu. Wieso bin ich denn jetzt auf 66 gekommen, ne? Aber ist für mich auch die sechste Stunde heute. Der Bau hat zu dem Zeitpunkt bereits rund 750 Millionen US-Dollar gekostet. Nordkorea fehlt das Geld, um weiterzumachen. 1993 wird die Arbeit gänzlich eingestellt. Und das für eine lange, lange Zeit. Huch. Aus dem einstigen Prestigeprojekt wird der Schandfleck der Nation. Ich sehe doch oben schon einen Counter wie der Überraschungskommunismus. Das kann man Blitzkommunismus, meinst du? Ich habe das extra in den Stream-Titel geschrieben, damit ich es nicht vergesse. Blitzkommunismus ist im Rahmen des Möglichen. Aber seien wir ehrlich, wie viel Blitzkommunismus kann ein Stream eigentlich aushalten? Das Hotel hat nicht mal Fenster. Nur der graue Rohbau steht. Ja gut, ich als Deutscher sage, wo keine Fenster sind, muss man auch keine putzen am Ende des Tages, ne? Ist natürlich schlecht für das Beheizen der Räume, auch da denke ich als Deutscher dran. Ne? Ich bin auch viel Spaß dabei, das Ding zu heißen im Winter hier. Ein düsterer Koloss aus Beton. Auf dem Dach rostet jahrelang ein stehengelassener Kran vor sich hin. Ah. Die nordkoreanische Bevölkerung leidet währenddessen in den Vororten unter bitterer Armut. Krass. Ach, Lisi, mein Schatz. Wir sind ja nicht mal links radikal. Das ist einfach nur normal. Alle Ars-Nazis, alle Ars-Nazis. Das ist ja nicht mal links, was ich sag. Nein. Wir sind ja nicht mal links radikal. Dankeschön. Das ist einfach nur normal. Alle Ars-Nazis, alle Ars-Nazis. Sind da zeitgleich welche rausgefallen? Es waren noch eben mehr. Oder? Oder? Ich weiß es nicht. Ist egal. Lisi, dankeschön für die zehn giftige Community-Subs, meine Liebe. Sehr großzügig von dir. Dankeschön. Ich sag mal so, da wo keine Fenster sind, kann der Wind auch durchziehen und dann ist es mit der Statik besser. Das Land stürzt zu der Zeit in eine... Ich habe es schon mal gesagt und sage es wieder. Demokratie funktioniert einfach nicht. Ehre wem Ehre gebührt. Bist ein Schatz, meine Liebe. Dankeschön für die 100 Bits. Danke, dass du hier so großzügig bist. Und mit Wind schimmelt es nicht, ne? Das muss man alles mal so sehen. Da kann der Vermieter nicht sagen, man hätte da nicht gelüftet. Der Stream stirbt. Ja, ich glaube auch. Ich denke auch, dass hier... Dass man mit knapp 2500 Subs... Da ist man auch wirklich wirtschaftlich komplett in den Boden gewirtschaftet. Eine schwere Wirtschaftskrise. Eine massive Hungersnot bricht aus. Lieferengpässe, Stromausfälle, keine Gesundheitsversorgung. Kim Jong-il ist mittlerweile der neue Diktator des Landes. Er will nach außen keine Schwäche zeigen. In vielen Fällen lehnt er die dringend benötigte humanitäre Hilfe aus politischen Gründen ab. Gleichzeitig verschwindet das Ryoyong-Hotel plötzlich von offiziellen Fotografien. Was? Die haben das einfach rausgeshoppt, oder was? Well. Mich hat es bis heute gewundert, dass die Nordkoreaner sich das alles so gefallen lassen. Ich habe nicht verstanden, warum es in Nordkorea nicht irgendeine Form von Aufständen gibt. Mit Versuchen, diese Regierung zu stürzen. Sind die da so indoktriniert, dass die sich das nicht trauen, oder wollen die das wirklich nicht? Militarisierter Führerkult. Ja, wie hier eigentlich, ne? Ich verschwinde das Ryoyong-Hotel plötzlich von offiziellen Fotografien. Ja gut, man sieht es vor allen Dingen hier bei dem Gebäude noch, ne? Da sieht man... Das Regime lässt Bilder von Pyongyang vor ihrer Veröffentlichung teilweise bearbeiten. Der miserable Zustand der Baustelle, der sinnbildlich für den Niedergang des Landes steht, wird ausradiert. Krass. Knapp 15 Jahre nach dem Baustopp geht es plötzlich weiter. Der ägyptische Telekommunikationskonzern Orascom soll den Fenster- und Fassadenbau des Hotels als Teil eines größeren Deals endlich abschließen. Na toll, jetzt müssen wir es putzen, oder was? Gar kein Bock drauf. 2011 stirbt Kim Jong-il. Sein Sohn Kim Jong-un kommt an die Macht. Im gleichen Jahr werden die Arbeiten am Hotel fertiggestellt. Die deutsche Luxushotelgruppe Kempinski verkündet, dass sie im oberen Teil des Gebäudes 150 Hotelzimmer einrichten wird. Die langersehnte Eröffnung des Prestigebaus ist endlich in greifbarer Nähe. Ja, äh, ich tippe mal auf, ja lol, ey, doch nicht. Also ich meine, was kommt denn jetzt? Das sagen die Nordkoreaner wahrscheinlich, nö, kein Bock mehr. Das machen wir alles selbst, dann machen sie es nicht. Grüß dich, blessed from hell. Doch, es ist vergeblich. 2013 sagt Kempinski das Projekt aufgrund von verschärften politischen Spannungen zwischen Nordkorea und dem Westen ab. Eine deutsche Firma? Julian freut sich schon. Okay, seltsam, dass man sich jetzt hier freut, ne? Aber das ist noch, das ist noch deutsche Wertarbeit, oder Julian? Bis heute wurde das Hotel nie eröffnet. Niemand darf das Gebäude betreten. Kein einziger Gast hat jemals in einem der unzähligen geplanten Zimmer übernachtet. Geil. Da würde ich ja gern mal Mäuschen spielen. So Lost Place mäßig da reingehen. Das wär's am Ende des Tages. Da hätte ich Vollspannung drauf. Auch aus diesem Grund hat es auch seinen Spitznamen Hotel der Verdammnis. Das Hotel der Verdammnis. Ist, 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 ist. Erhalten. Selbst die schönste Fassade kann nicht davon ablenken, dass die Wände im Inneren zu bröckeln beginnen. Experten vermuten, dass die Konstruktion des Hotels nicht wirklich solide ist. Der riesigen Masse an Beton fehlt eine stützende Stahlkonstruktion. 2014 ist in Pyongyang ein ähnliches Beton-only-Hochhaus bereits eingestürzt. Ich meine, kann man überhaupt so einfach mir nichts, dir nichts nach Nordkorea einreisen? Also es ist möglich. Du kommst nach Nordkorea. Du musst, aber du musst quasi, du musst erst nach China fliegen und dann von dort aus geht's weiter nach Nordkorea. Es geht. Es gibt westliche Touristen in Nordkorea. Aber es sind wenige. Und die werden natürlich auch überwacht. Also die Touren machst du niemals alleine. Und du wirst sehr, sehr heftig dabei beobachtet. Statt für gute Hotels bleibt Nordkorea vorerst für Atomwaffentests, seine Actionfilme und ein unterdrücktes Volk in Armut bekannt. Seit 2018 wird das Gebäude für Propaganda genutzt. An der Fassade wurden tausende LEDs angebracht. Krass. Auf den Bildschirmen laufen vier... Monte gefällt das, glaube ich, mit den ganzen LEDs. ...minütige Videos im Loop. Sie zeigen die Geschichte Nordkoreas und enthalten politische Parolen. An der Spitze leuchtet eine riesige nordkoreanische Flagge über der Großstadt. Aus einem Symbol vermeintlicher Stärke, Wohlstand und Macht ist mit der Zeit ein Symbol für den Größenwahn Nordkoreas und das Scheitern der totalitären Diktatur geworden. Schaut man hinter die Fassade, sieht man die bittere Realität. Ja, ich würde das gerne mal sehen. Cheers. Cheers. Das würde mich echt interessieren, wie das von innen aussieht. Das macht mich auch ein bisschen fuchsig. Die sollen aber erstmal die Kabelkanäle zeigen, sagt Humpelner Joe. Ich fürchte, da wurde gespart. Ich glaube, die haben das Geld nicht in die Hand genommen am Ende des Tages. Das einzig Gute an Nordkorea, es gibt nur 30.000 Autos. Das sind wahrscheinlich sogar bedeutend weniger. Das halte ich für extrem übertriebene Zahlen. Laut Community-Treffen, klar, Marc, überhaupt kein Problem. YouTube. So, YouTube, dann wird das wohl nichts mit unserem Urlaub in Nordkorea. Hatte ich eigentlich, ehrlich gesagt, keinen Bock drauf. Und jetzt, wo ich Fenster putzen muss, ist die Motivation noch deutlich geringer. Worauf ich aber richtig Bock habe, ist Twitch. www.twitch.tv.hcon Da gibt es eigentlich für jeden immer was. Man kann bei mir jetzt zwar nicht übernachten. Dafür ist hier alles auf einem starken Fundament gebaut. Nämlich auf Liebe. Auf Liebe. Mach's gut, YouTube. Bis bald. Tschüss.